Musik Hier sind wir im Hallgarten der Schönhell. Schönhell, keltisch, schöne Hügel. Wenn man sich umguckt, kann man das auch nachvollziehen. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsweinberge, muss ich ehrlicherweise sagen, weil die Lage einfach fantastisch ist. Mit der unten gelegenen Kapelle und hier oben direkt an der Hallgarten-Ortsgrenze ein wunderschöner Weinberg. Sandiger Böden, perfekte klimatische Voraussetzungen für unseren Merlot, der relativ einzigartig ist. Diese Züchtung hier im Rheingau, ganz klassisch. An der Merlot-Traube sehen wir hier die Lockerbärigkeit, das langgestreckte Stielgerüst und die relativ großen Trauben. Relativ großes Blattapparat mit einer großen Aslimationsfläche. Diese Fläche wurde 2014 von mir angepflanzt. Und ist eine ganz besondere Züchtung, ein ganz besonderer Klon, der in Norditalien herausselektioniert wurde, der für unsere klimatischen Bedingungen einfach perfekt angepasst ist. Das zeigt sich auch in dem Merlot von 2018, den ich hier im Glas habe. Betont mit kräftigen Barrick-Medium plus getoastete Fässer aus französischer Allier-Eiche. Ausgebaut, die Nase betörend, wunderbar, mit einer Vanillenote durch das Barrick unterstützt. Und der Merlot selbst ganz kräftig mit 14,5 Volumenprozent Alkohol und einem Restzuckergehalt von gerade mal einem Gramm. Zeigt sich dieser Wein fantastisch, vor allen Dingen fürs Kaminfeuer, aber auch für ein kräftiges Essen mit rotem Fleisch. Zum Wohl, hier aus Heilgarten.